Eben die Führendisse jetzt hier mal umstellen, dass sie ins Lager kommen und da muss auch noch ein Schild dran. Wer hat hier eigentlich die Fakten da dran platziert? Das sieht total bescheuert aus. Ja, ist zu laut und warum Radio? Weil da die Musik gleich laut ist, deswegen. Schaukohle daraus, kann ich mir auch so ein intelligenter Güler. Und gerade ein bisschen den Button vielleicht befordert mit einem Chat irgendwie, ich weiß nicht, ist heute auch irgendwie so ein beschissener Tag irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Markus hat gerade was geschrieben. Oh, ich muss immer ein bisschen warten. Also wie gesagt, ich habe, also ich bekomme immer die Krise, wenn man sowas baut, wie du die Fakke gesetzt hast. Ich brauche immer Symmetrie. Ich nicht. Symmetrie ist mir da, ehrlich gesagt, relativ schnuppe. Wenn ich, wenn, wenn Lusa und Tommy nicht so drauf wären, dass die unbedingt ordentlich bauen, dass ich unbedingt ordentlich bauen sollte, dann würde ich auch nicht, nicht Häuser mit Dächern bauen. Dann würde ich das so hier lassen, mit keinem Dach, sondern einfach nur einen Block hinsetzen. Was mir ehrlich gesagt schiss egal ist. Und er baut hier so ein übelstes Gerüst mit drum, drum, drum und allem. Und mit, äh, äh, Carpenter-Swatch, also, dass man halt so runde Ecken hat, sind das so Dinger. Und mit richtigem Gerüst und Blahn und allem drum und dran und schön bauen und was ist nicht was alles. Und ich klatsch einfach nur irgendein Kram hin, weil mir das einfach reicht. Weil ich, äh, einfach nur Kisten hinstelle und keine großartigen, ähm, Verzierungen, Deko-Klaften und so ein Kram. Weil mir das einfach physisch umständlich ist. Naja. Du, 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 du. Oh, das ist doch mittig, die Fackel. Die ist doch mittig. Das Problem ist nur, dass das Ding... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 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 acht. Ich komme nicht raus, verdammt. Acht, 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 acht. Acht, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Also, man müsste über siebten Block die Fackel machen. Theoretisch, glaube ich. Ein bisschen, äh, 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 similatisch aussieht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist doch mittig. Ich weiß nicht, was du hast. Das war mittig. Ich finde sowas auch immer genial. Äh, die gebauten Sachen schön aussehen. Aber ich spiele Minecraft auch nur aus diesem Grund. Darum spiele ich auch nur Playtiv. Ähm, ich spiele Minecraft nicht aus dem Grunde vom Bauen, weil sonst würde mir nach einer Zeit nichts mehr einfallen. Sondern weil ich sammeln möchte. Weil ich selbst Dreck dort sammeln möchte. Und dann neue Lagerhäuser bauen möchte, wo ich noch mehr Zeug sammeln kann. Und nur sammeln, 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 sammeln. Mehr will ich gar nicht sammeln. Und irgendwelche Bosseplätten. Ich bin halt Apeggiler und kein... Keiner, der... Der früher... Wenn wir es draußen gleich mit dem Fenster aufmachen können hier. Wäre toll. Braaaah. Also das ist ein bisschen blöd, dass das hier... Bei der Musikanzeige jetzt so ungleichmäßig ist. Ja, das ist gut. Naja. Wenn die Fackel so metrisch ist, dann ist die Töne nicht so metrisch. Ist doch scheiße... Ich sag ein... Abgesehen ist es doch eigentlich scheißegal. Weil... Ganz ehrlich... Die brauchen... Das ist sowieso momentan alles noch... Ähm... Nicht schön bauen oder so, sondern einfach nur, dass wir überleben. Wir haben noch nicht an der Farm. Die müssen mal... Ich hab noch nicht mal ein Haus. Irgendwie. Ich muss mir irgendwo noch ein Haus entpflanzen. Aber dann muss ich das Haus auch noch an... An... An deren Bauvorgaben anpassen, was ich... Blöd finde. Aber... Naja. Ich glaub ich werd direkt neben dem... Lager mein Haus dann hinsetzen. Von daher... So, wie weit ist er denn mit Braten eigentlich? Achja, Monster sind übrigens momentan aus aus dem Grunde, weil... Ich kann's mal kurz zeigen. Ich prob' ich mal kurz hin... Damit es schnell da geht. Äh... Ja. Oh... Ich hab mich schon gefragt, warum sterbe ich jetzt? Aber hier... Können wir draußen mal Fresser hätten. Äh... Glaubt hat, dass da... tiefste dunkle Nacht ist. Da sieht man so auch Schatten. Obwohl da eigentlich kein Schatten sein dürfte. Und da spawnen haufenweise Viecher. Weil Minecraft einfach nur doof ist und halt da aufweist ein Viecher spawnen lässt. Und deswegen mussten wir umziehen und... Äh... Haben wir jetzt halt... Na... Sind halt woanders hingetrogen. Und ja. Aber warum RPG? Ich hab von irgendeinem... Ich habe vor, irgendwann einen Minecraft RPG Server zu bauen mit dem... Kasten-Apple-Season-Mod. Ich hatte das Ganze schon mal mit anderen in Arbeit, aber das Projekt hat sich dann verabschiedet. Wenn ich nicht so... Huch... Was soll das denn? Wenn ich nicht so... Nicht so scheiße bauen würde 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 ich... Wie wir sagen... Ich mach da mit. Aber ich spiele jetzt auch schon theoretisch auf drei Servern. Einfach einmal auf Korax Server. Vanilla. Dann auf Cutcon.de. Das ist auch ein Vanilla-Server. Und hier. Das ist eigentlich... Hier sieht man es auch nochmal auf der... Karte. Das... Dieses Rebiet hier. Und diese weißen Blöcke sind übrigens... Und diese Blöcke... Das sind übrigens Blöcke, wo er versucht hat automatisch... Äh... Die Löcher, die dann entstanden sind, durch Mac Edit mir Sachen zu füllen. Äh... Sieht auch nicht gerade schön aus, ich weiß. Aber... Naja... Kann mir jetzt nichts mehr dran ändern. Klo... Äh... Klo... Klo-Hololo. Hallo willkommen ins Stream. Wer auch immer du bist. Ist irgendwie... Leicht seltsam. Äh... Dein Name und einfach mal Kappa reinzukommen. Ähm... Der hat... So. Das wollte ich jetzt machen. Also... Äh... Dann gucken wie weit ist er damit... Braten... Fertig. Das heißt ich mach jetzt Stone Rots. Falsch. Äh... Wir gehen die nochmal... Achso gehen die... Gucken wir mal so viel. Dann brauch ich... Ähm... Meiner ist bunt. Deiner ist schwul. Äh... Naja... Es würde mich interessieren ob die... Steinsegel... Ähm... Nach einmal benutzen weg ist oder ob die... Irgendwie... Äh... Wärmfach verwendbar ist. Mal gucken. Bisschen Krabbelston nehmen. Steine kommt da wieder rein. Genau wie das da. Dann muss die Sticks kommen wieder in Holz rein. Und dann... Äh... B... 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 Warte mal ich muss erstmal... Testen. Wie wird nochmal der Scheiße gemacht? Scheiße, gerade wenn das Scheiße, ne, ähm, ähm, ach so, muss ich ja so suchen, add, Scheiße, was ist denn das, was ist denn das, Erlebnungen, Stairs, äh, aha, aha, das sind also auch, na, äh, Blöcke, die keine Textur haben, das ist ja super, wo ist denn der Scheiß, wenn ich schon wieder dran vorbei, oder wie, die Wunder, geflachtet, also ich brauche einen, einen, einen Meißel, einen Meißel brauche ich, das Problem ist nur, ich finde ihn gerade irgendwie nicht, bin ich blind, ah, da ist er doch, Diamond Scheiße, gibt sogar, hm, das muss ich bei Modes was Scheiße denken, ah, interessant, Stick und Iron Engels, okay, haben wir das, äh, hier haben wir einen Iron Engels, aber das möchte ich nicht gut verwenden, weil das ist für die Reparatur von der Alpenp-Gags gedacht, man kann nämlich die, ähm, schon, haben wir doch keinen Eisen gerade, das ist ein bisschen blöd, okay, dann muss ich wohl mal doch den einen hier opfern, ähm, man kann nämlich die Spitzhaken von Thingars Construct, das ist ein Mod, mit der du halt, äh, Spitzhaken machen kannst, also, so Spitzhaken, die du anleveln kannst, ähm, aus verschiedenen Materialien, nicht nur Eisen, sondern auch, zum Beispiel Flint oder, äh, Holz, äh, Holz gibt's da vorher schon, ähm, äh, äh, was gibt's denn noch, Papier gibt's glaube ich sogar, Red Tingers, so, oh, ja, shiny pickaxe, Wooten, äh, Elektrum, Iron, Flint, Cactus, Bone, Obsidian, Bloodwood, Neverack, Darkwood, Slime, Fusewood, Paper, Ghostwood, Kobalt, Neverquartz, Ardite, Mandolin, Cooper, Poke, Phenium, Pickaxe, Bronze, Fairy, Elamite, und Elamite ist wie gesagt so mit der Staxe, was es gibt, würde ich sehen was braucht neben, ähm, Blue Slime, das ist auch mit einer der Staxe, die es gibt, von daher, Kaktus, ja, Kaktus, wirklich Kaktusspizzacken gibt's, und du kannst auch verschiedene Schwerter machen zum Beispiel, es gibt zum Beispiel auch hier, gibt's, äh, Langschwerter, Breitschwerter, es gibt Rapiere, es gibt glaube ich sogar, äh, Decke gibt's auch, also Deutsche gibt's, es gab glaube ich sogar, Cutlers, ja genau, es gibt auch hier, ähm, selben, oder, oder, eine, 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 frying pan gibt's auch anscheinend, äh, wofür auch immer das dann ist, echt zum angreifen, oh mein Gott, man kann mit einer Bratpfanne zu schlagen, what the fuck, das ist so cool, oh man, ähm, und ja, es gibt wirklich, vettern viel in der Mod, was nicht schlecht ist, so, wir machen uns erstmal mit den Entscheidungen, nämlich, aus dem Grund, ich will gucken, ob man daraus jetzt noch was machen kann, nein, kann man nicht, das ist ein bisschen beschissen, beim Kasten NPCs Mod gibt's auch viele komische unterschiedliche Waffen, das ist cool, auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal, das nämlich haben, dann hätte ich nämlich gerne, weil das geht nämlich nicht, das weiß ich genau, bup, und dann kann ich daraus nehme ich jetzt auch noch, glaub ich, glaub ist da ein Panel, ne, äh, äh, ähm, kann man nämlich jetzt diese Dingens draus machen, diese, hier, muss man mal kurz einnehmen, damit ich weiß, wie die gekraftet werden, mach den, in dem Harz auch da muss ich die anders platzieren, okay, da muss ich die so platzieren, mhm, so das ist ziemlich natürlich wieder ziemlich komplexes kraften aber ich mache das einfach eine schöne komplexe das mache ich die ganze schön komplexe kraft und vertreten das wurde auch mal ein bisschen nicht gleich am anfang als waffen kannst sondern erst nach und nach also ja kommt da rein jetzt kommt werkzeuge das ding das kommt bei steine mit rein das kommt bei steine rein das kommt bei werkzeuge rein und damit wird es gebaut wie hat er das denn jetzt gemacht so ich habe schon wissen dass zwei blöcke oder drei blöcke immer irgendwie ungefähr und das heißt also hier oder wie so und über